Herzlich Willkommen zurück, Leute! Kleine Runde! Golf is Friends, heute mit Krabs, Kunran, Manus, Nils, Sachse und Liquid Buck. Hallo, 2,1, oh, the Nils. Der Buck. Der Bobo. Ist kein Buck. 2,1? Ist kein Buck. 2,1 gegen die zweite große Kerbe des Brettes. Nein, so knapp. Ja, knapp. Oh, hole in one. Wir spielen übrigens jetzt Profi-Golf, Ziel ist 19. Was, 19? Nicht mehr auf 19. 1,5 geradeaus. Nils ist raus, was? Da bin ich ja raus. Da muss ich Nullschläge machen auf einem. Können wir nicht irgendwie auch so Bälle haben, wie Profi-Mini-Golfe benutzen? So elastischere? 3? Ja, ja, das war ja immer zu wenig. Das kann ich jetzt nicht erklären, leider. Das ist einfach. Du brauchst mal Vollspeed, ne? Ja, du brauchst Vollspeed und dann fast... Hä? Doch, hier, rein. Nein, 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 nein. Nein, ich bin ganz blöd an dem Balken. Doch, er ist so reingerollt. Komm, komm, komm. Scheiße. Wieder, wie ich gesagt hab? Ja, wieder, wie du gesagt hast. Manus, nicht schlecht? Echt? Manus! Au, 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 au! Oh, schade, ey. Oh, knapp. Ja, wie schlägt mir das. Stammt, ey. Oh, Kundran schon wieder mit den dreien, ey. Jetzt kommt meine, die ich nie mit anschaue. Zwei geradeaus, wenn das Brett unten ist. Oh, ne, Mann! Ja, ich schaff's einfach. Kundran kann diese Map nicht, obwohl es nur geradeaus geht. Viermal in Folge. Oh, fuck, ich war nicht gerade, ey. Viermal in Folge schafft er hier kein Own-in-One. Ich war echt nicht gerade, ey. Deswegen warte ich lieber bis zum Schluss, aber jetzt, ey, weil sonst... Ich hab auch ewig gewacht, aber... 2,5. Perfekt geradeaus. 100% geradeaus. 2,5? Ja, und das Perfekt geradeaus. Nein, ich hab's verkackt. Ja. Punkt genau. Boah, ist das ne schlechte Runde von mir hier. Das gibt's ja nicht. Komm, ey. Gibt's doch alles. Easy-Löcher, ey. Nice! Das ist ja wohl mal übelst fett. Ja, wir spielen das den ganzen Tag, Mann. Ah, cool. 2,7. Das ist keiner reich. Das ist 2,7 leicht nach links. Oh, nein. Also ganz leicht nach links. Ach, die. Damit du dich ins Loch reinbagst. Ja. Das ist so ein geheimer Tricky. Yeah! Oh, komm schon! Leicht! Oh, was? Ah, ein bisschen zu viel. Ganz klein bisschen zu viel. Ich hab mich einmal drum gedreht, lag trotzdem draußen. Ich bin hinten über die Band und hab mich dann von hinten nochmal ums Loch gedreht. Fuck, ey. Ja, Isa, guckt euch das an, ey! 7 in 6. Ja, was ist los, ey? Bro! Jetzt sag mal, hier. Aber das kann er nicht. Fast mittig. Fast mittig. Also mittig auf den Hügel. Scheiße, nein. Also auf die Spitze des Berges zählen mit 1,9. Alles. So ein starker Anfang. Yeah! Ja! Ja! Das ist dein Ernst, dass du schon wieder ein Hole im Wunder hast. Oh, ja. Hast du auch fast? Oh, ja. Hab ich auch. Da hätte er aber fast nochmal drüber. Oh, 8 in 7 waren, ey. Das ist verdammt stark, ey. Oh, ey. 8 ist krank. Oh, ja, okay. Hier ist ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt. Nein, 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 nein. Wie schnell hast du gemacht, Ado? Noch bin ich nicht drüben. Oh, ich bin von der Kante gefallen. Wie schnell hast du gemacht? 1. Dann mach ich 2. Ne, viel zu schnell. Ne, 2 dürfte eigentlich mega viel sein. Das ist viel zu viel. Das war auch knapp, Mann. Das war auch knapp, Mann. Ah, fuck. Dann ist hier wieder eine 3. Ah, okay. Wie komm ich jetzt da hoch? Über die Rampe geradeaus. Mach mal zweieinhalb. Das war mehr als zweieinhalb. Oh, nein. Oh, Mannus. Nein. Das ist echt. Ach, gar nicht. Läuft, Digga. Da war eine Stange. Ne, Mannus. Ich bin an der Stange vorbei, wieder ums Loch rumgerollt. Also, okay. Kannst du mal jemand schönes sehen, Mannus? Schönen Craps? Na, der war doch sicher. Da ist ja nichts am Brennen, ne? Das ist die schlechte Runde gerade. Das ist die schlechte Runde gerade. 2,5 Grad aus. Oder mehr. Aber auch nicht zu viel. Kondran, ich geh da. Ja, wir haben zu viel Schwung aufgebaut. Na, geht aber. Da kommt die restliche Russell-Bande. Die Russell-Bande. Alle. Oh, der Sachse leider nicht. Geht doch ja nicht mit Mainstream. Oh, Gott. Da ist er! Nein. Da ist er! No. Nein! Ich bin raus. Wohin? An die Ecke hinten links. Vollgas? Die Stangen drehen sich unterschiedlich schnell. Du musst also den richtigen Sternen-Konstellationen. Ich fliege richtig. Was war das? Der kommt gleich, Manus. Nicht der. Der könnte. Nein, ist er nicht. Ich glaube noch zwei. Der nächste jetzt. Jetzt. Oh nein. So, einer hat's geschafft. Das war der Manus. Krabs war durch. So geht's mir auf jedes Mal, Krabs. Das ist er schon mal nicht. Krabs hat so'n Geisterball. Sieht eigentlich voll cool aus. Ja, ne? Ich bin grad echt schlecht. Oh, Manus. Da kann er was. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm mal, Mann, komm mal, Mann. 19, ey. Habe ich noch mal einen rausgeholt. Okay, jetzt Pixel. Der muss sitzen. Vollspeed links. Direkt am Holz vorbei. So nah wie es geht. Scheiße. Was links so nah wie es geht. Du siehst doch links ist das Holzbrett, Marius, ne? Ich bin sogar noch näher dran als zu. Warte, ich guck mal eben. Links ist das erste Holzbrett bei dir. Was vor der Rampe ist. Du musst so nah wie möglich an diesem Brett vorbeischlagen mit Vollspeed. Genau. Das war nicht nah genug. Ne, war, da geht noch ein Pixel. Scheiße. Ich behaupte auch, dass wenn man eine normale Sehfähigkeit hat und man einen gut auflösenden Monitor hat und 50 cm vom Monitor entfernt ist, diese Pixelreihe nicht sichtbar ist. Ne, ne, auf gar keine Falle. 2,4 geradeaus. 2,4? Ja. Dann müsstet ihr ungefähr da liegen, wo ich jetzt bin. Fuck, nicht weit genug. Ja, ja, ist so ganz gut. Wie jetzt? Und dann mit 2,7 so weit rechts wie möglich. Also, aber ich weiß nicht, ob das bei euch geht. Du konntest das machen, Craps. So, dass du da hinten an die Wand fliegst. Oh! Oh mein Gott, das ist doch bitter. Ja, waren nicht schlecht, Craps. Fuck, ja. Ah, ich mag das Spiel. Girl for Strength. Das ist echt cool. Ja, da könnte mal neuer Content kommen. Kommt doch, Jens, wir warten doch nur drauf. Den kann man leider nicht erklären. Den normalen Content suchten wir zwar auch, aber... Ja, doch. Vollspeed war das, oder? Doch, wie viel war der? Ne, 2,4. Ich check das nicht, ey. Oh, da wacht er ihn wieder. Ries, ey. Wo waren die selbst 2,5er, wäre er vorbeigegangen? Echt? 2,4 sagst du? 2,4 an den dicken Schatten. Also, da wo der dicke Schatten kommt. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, Craps. Come in. Jawoll! Liquid. Ohhhh! Ey, du bist das vierte Mal dieses Mal. Das gibt's einfach nicht. Ich rolle grad die ganze Zeit um die Löcher rum, ja. Aber wir haben alle über 20 da loslaufen. Alle waren unter 40, haben wir gesagt, ne? Ja, unter 40 ist eigentlich basic. Unter 40 soll... Ich bin aber grad echt so schlecht. Was ist da passiert? Ich hab einen falschen Boost bekommen. Ja, ja. Und ich hatte ein anderes Bouncepad dann. Ich hatt's rückwärts geschossen. Ich? Äh... Auf den ganz rechten mit Vollspeed. In die Mitte. Relativ Mitte, genau. Also in die Mitte ist halt safe. Ja, easy. Oh Gott, ich dachte... Ey, ich hab meinen Bodelschlag bekommen. Mein Ball ist einfach random gefloscht. Ja, ja. Er ist über... Ich bin über die Rampe gesprungen und bevor ich das Bouncepad erreicht hab, ist er schon weggefetzt. Äh... 3,2 rechts gegen das Bouncepad mittig. Da kommen sie alle. Also die Zuschauer, ihr merkt, wir suchten das in unserer Freizeit total. Das ist geil. Wir haben hier schon einen ordentlichen Meter, äh... Hier 1,5, ne? 1,5 leicht links vom Loch. Ah, fuck, ey. Ich mag... Das Geile ist, das Game hat Content für eine Viertelstunde. Ach, und wieder am Loch. Und ich hab zwölf Stunden Spielzeit. Das gibt's jetzt einfach nicht. Ja. Und wieder genau über den weißen Rand gerollt, ne? Schon zum fünften Mal jetzt. Das ist halt... Ja. Wären das schon fünf Schläge weniger, ey. Schon ein Unterschied zwischen... Ah, unter 30 ist drin! Unter 30? Ich hab 30. Mein Rekord ist 32. Mehr hab ich noch nicht geschafft. Oh, lol, Randy, oder? Fuck it. Jawoll! Du hast es diesmal geschafft, Nils. So, wie ich dir gesagt hab? Naja, noch weiter nach rechts. Ein bisschen oder viel? Ja, ein halbes Kästchen ungefähr in der Breite. Aber ich hab's nicht ganz geschafft. Ich sitz hier in der Ecke, also... Nee, bei mir ist es ganz mies. Ganz mies. Ich bin nicht gebounced an dem Hauer-Ding da. Das ist schwer zu erklären. Aha. Ganz mies, das war's. Loll! Oh nein! Wie behindert! Zu schnell! Zu schnell! Ah, Dalu hat hingeschmissen. Ja, ja, das war's. Oh nein! Ich lieg so kacke. Wow, Dalu, was ist da los? Ja, das ist halt das Game. Also Dalu wird immer noch gewinnen, aber keine... Komm schon! Ja, sieht ja gut aus. Ja, immerhin. Oh, ist okay. Eine Dreißiger. Ich hab die Drei... Ach, das war scheiße. Ich hab nie eine Vier gemacht. Den Part lösche ich. Ich mach den sicher. War das Vollspeed auf der... Drei. Auf die hintere Scheibe. Ja. Mit drei genau mittig. Hä? Drei mittig auf die Scheibe. Aber ich mach... Ich mach den Standard. Ich mach den Standard. Muss sicher spielen. Ach, Mann! Hole in one, ey! Hole in one! Wie viel nimmst du da, Dalu? Ich mach 1,2 leicht links vom Loch. Okay, ich hab richtig verkackt. Ich hab... Das Dumme bei mir war... Aber das ist der Schwere. Das Dumme bei mir war, ich bin bei dem zweiten... Beziehungsweise bei dem hinteren Boost-Pad hier bei denen... Bin ich einfach drüber gerollt, ohne dass ich abgelenkt wurde. Nein! Deswegen brauche ich noch einen Schlag mehr. Und Manus hat auch noch Glück. Nein, ich hätte einen Dreißiger haben können. Das wäre so... Bei mir wird das sogar noch... Okay, ein 40er wird's nicht, aber das wird echt schlecht. Doch, ich glaub's nicht. Oh, ein Dreißiger wäre mal schön gewesen, ey. Oh, Kunde war noch nicht... Ach, doch nicht. Doch, Kunde war noch nicht... Doch, Kunde war noch nicht... Ich hab sogar den zweiten Platz. Ja. Eins hast du gesagt, ne? Aber Platz da. Eins, wenn die... Wenn die Säge hochgeht. Ja. Weil es auch mit mehr geht. Das ist ja... Ja, aber... Eins ist halt safe. Weil du auf jeden Fall den Boost bekommst, weil du länger drauf liegst. Oh... Das... Gibt's da nicht, ey. Ich grade nur drauf geachtet hab, dass kein Spieler mehr da ist und nicht mehr auf die Säge geachtet hab. Aber... Aber es ist gut gegangen. Ach man, 33 ist Bullshit. Das ist low. Ist aber immer noch unter 2. Schmuckerts auch ein Liquid. Das wär jetzt besser gewesen. Wir machen einfach Races auch noch, oder? Einfach hinten an. Was? Oh, Krabs! Nein! Was war das? Nein, es hat Krabs. Hauptsache Formanus. Ja, ich lag direkt vorm Loch und konnte... Schnauze mit 2. Okay, das war nicht so. Punkt gleich. Ja, ich hab... Da kam schon mal einen ran. Aber wie gesagt, hätten auch 5 weniger sein können. Wir machen direkt Oasis noch. Oasis haben übrigens keine Tricks. Also... Ne, Oasis haben wir noch keine Ahnung. Wissen, ich schlag jetzt hier noch hinten dran. Ja, jetzt noch hinten dran, ja? Direkt! Selbe Aufnahme? Ja, selber. Ey, crazy! Ohoah! Richtig verrückt. Da sind die Leute auch für unsere Lobbyräuber herhissen, ey. Boah, wo... Ob sie das gesehen haben? Ich weiß ja nicht. 1,5. Na, wie viele X waren's? 1,5. Also bis zum Ende des R's. Also da, wo das braune Kästchen aufhört. 1,5. Ich bin genau durchgefallen. Genau da, wo das Kästchen aufhört. Von Power. Ja, das hab ich auch. Ne, das ist aber nicht. That's true. Genau da... Nicht das R, nicht der Buchstabe, sondern das Kästchen. Das Power. Das sind ja keine 1,5. Also nicht, wo das Gelbe aufhört, sondern da... Ja, das sind ja 1,6. Ja, wo das Power aufhört, einfach... Er klär's doch so wie ich, sonst machen sie es doch... Ja, das ist aber dann deren Schuld, wenn ihr... Das war Minimum 1,6,5. Das sind so 600 mal 400 Monitors. Einfach drei geradeaus, ohne zu bewegen. Drei geradeaus, straight. Soviel übrigens zum Thema, wir haben hier keine Tricks. Das stimmt, glaube ich sogar. Das sind so die Basic-Dinger. Die kennt man einfach. Ich mach immer volle Power-Legenden. Ne, ne, ne. Drei geradeaus, Leute. Drei geradeaus. Nils hat's gesehen. Perfekt. Ja, wir sind zu dritt, direkt alle hintereinander. Ja. Der Sachse regelt. Der Sachse will immer seine eigenen Sachen noch rausfinden. Ja. Pax the System, breaks the Metameter. Ja, der macht da so ein paar Jump-Shots. Toll. Ja, war aber geil. Hat er genau ausgerechnet. Ist das physikalisch? Ist das... Hier weiß ich nicht. Ich mach 2,5 geradeaus. Vielleicht geht's ja. Nein, das ist zu viel. 2,3 würde ich nicht geradeaus. Ich mach mal 2,3 geradeaus. Mal einfach testen. Naja, 2,3 reichen nicht. Ein bisschen mehr muss es sein. Ich war 3,3 und... Nein! Nils, du peter! 2,5 wäre zu viel gewesen. 2,31 oder so wär's. Ich bin nämlich genau von der Ecke runter. Oh, schade. Aber das ist gut. Geradeaus mit 2,31. So nice. Eigentlich super easy. Jetzt kommt der Drecksberg. Das ist so... Entweder hole in one oder loose. Wie viel waren es? 2,8, ne? Naja, irgendwas... Nicht 2,5? Ich mein 2,85. Nein, 2,8 auf jeden Fall ungefähr. 2,85! Da ist er! Da ist er nicht! Nein! Ich hab sie diese Bart. Ich bin nicht komplett gerade gewesen. Genau! Oh, verdammt! Ich hasse diese Bart. Das hat keiner geschafft. Und jetzt? 1,2 oder? 1,2 war das berghoch. 1,3 würde 1,3 oder 1,4. Ne, ne, 1,2 berghoch. Ja, 1,3. Jawohl, okay, immerhin. Scheiße! Komm schon, bitte! So genau kann man nicht sein hier. Das müsste mal ein bisschen, äh... Irgendwann. Müsste die Weiter vielleicht angepasst werden, damit das etwas genauer ist. Oh, Crabs ist auch nicht geschehen. Jetzt noch... Also 2,8 war richtig. Full Power Gaming. Nur ich war ganz leicht inschilliert. 1,3 regiert. Ich war ein Tick zu leicht. 1,3 sagste! Wenn du einen Ticken mehr gemacht hättest, dann wärst du wahrscheinlich auch schnell wieder drüber hinweg geflogen. Ja, ja. Das ist, aber... Das sind schwere Bahnen hier, ne? Aber die meisten... Das mag ich nicht, das Ding... Ich mach, ähm... Ich glaube, ich mach drei... Warte, wie viel waren das? Waren das über drei? Auf der? Hier ein bisschen links. Was? Bier, also voll drauf und dann ein bisschen links. Bier? Ne, das ist mir zu krass. So, ich hab... Ich mach das mal. Ich test das mal aus. Wo kommst... Oh, lol! Ich kam nicht mal hoch. Ja, du kommst da ungefähr hoch, aber du musst noch mal schlagen. JA! Oh, das war aber kacke! Das war schon... Das war mir schon zu heikel, ey! So, wie viel macht ihr hier? Ich hab einen extra Schlag schon gebraucht, ey. Wie viel macht ihr hier? Wie viel macht ihr hier? Wie viel war das? Drei mach ich hier jedes Mal, glaub ich. Wie viel war das? Drei? Ah, ja. 2,3. Ja, ja. Drei passt. Drei ist gefährlich. Aber... Drei hat gepasst. Drei hat gepasst. Wieso bist du da, Manus? Ach, scheiß doch! Drauf! Das war... Ja, da darfst du nicht drei nehmen. Das war... Hier, der... Ihr seht den... 3,8 und dann rechts von dem dritten. Ihr seht doch da drei... Ihr seht doch, wenn ihr die Rampe hochguckt, sind da drei Blöcke. Ja. Ja. Und hinter dem dritten noch ein Stück rechts, ein kleines Stück rechts mit 3,8. Dann geht er so ab und dann zack, ihr seht... Leichter als... Das ist der einfachste. Lol. Ja, das ist der einfachste. Lol. Ne, leichter als... Alter, gibts ja nicht! Wie geil ist der denn, bitteschön! Ja, wir... Ihr wisst... Wir spielen schon ein bisschen. Aber Rendi, du schießt nicht rechts neben den dritten. Genau, du schießt neben den dritten. Du musst neben den dritten. Ja. Ah, egal, das ist gut. Recht denkt an rechten Loch. Einfach geradeaus runter. Jetzt links rein da. Genau. Manus. Der rollen Richtung links. Aber ja, Golf is Strange ist einfach geil. Ach. Mach dieses Game einfach. Krass. Ihr weiß es noch nicht. Den mach ich immer einfach save. Ich nehm... Ne, ich versuch den immer save in zwei. Nein! Und das war diesmal nix. Wie viel nehmt ihr? 2... 3,5 oder so reicht alles. Ich schaff den nicht mehr, ne? Ich komm da nicht mehr hin. Das war meine einfachste Strecke damals. Ich scroll eigentlich auch immer so wie Krabs, aber ich hab jetzt die Säule ein bisschen weiter vorne getroffen und kam ungefähr bei diesem Hügel. Ich bin so quergelogen, dass ich bei dem Hügel gelaufen bin. Ne, ne, das war ja... Das war ja... Ich krieg den nicht mehr! Dann seid ihr safe. Was sagst du, Nils? Die Säule relativ mittig treffen. Okay. Dann seid ihr viel safer. Und mit zwei... Macht dann 2,5. Das reicht. Ja, okay. Mitte geht echt. Ich mach da immer 3,8. Ja, okay. Das war jetzt ne Kackrunde. 3,8 ist nicht viel. Bei mir kam irgendwo ein Hubbel dazu, der mich... Aber das war gut. Mittig ist doch besser. Weil ich hab sonst immer seitlich geschafft auf der Bahn. Immer. Ja, random. RNG. Geradeaus. Wie weit war das? 2 oder 3? 2,5 mach ich. Aber das hat mir nicht geklappt. Ja, 2,5 ist besser als 2. Und ich lieg so behindert. Warte, genau da war ich auch mal. Wow! Keine Chance. Keine Chance. Vom Winkel her gar nicht möglich. Auf jeden Fall... Ich hab fast ein Hole in One gehabt gerade. Ich schlag erst mal vom Loch weg. Ich wollte jetzt... Ja, ich wollte jetzt so. Ja, Liquid, genau. Das ist perfekt. Aber das reicht trotzdem leider nicht. Brody. Ging nicht. War zu viel. Ich hab auch fast ein Hole in One gehabt. Mit 2,2 ungefähr. Wär fast ein Hole in One geworden. Wieviel ist das hier? Ja, Vollspeed ein bisschen nach rechts. Da, wo Nils zum Beispiel ihn geschlagen hat. Aber ich weiß... Kann man Pech haben, aber eigentlich ist es... Was? Der Sachse war gut! Der Sachse war gut! Bin mal schön rechts. Bin mal schön rechts. Das war... Nee, war es nicht gut. Und... Der Sachse! Wie viel habt ihr hier genommen dann beim letzten Sprung? Drei. Ist unterschiedlich, je nachdem wo du liegst, ne? Drei ist aber gut. Wow. Wow! Aber... Wär es ein bisschen weniger vielleicht 2,8 gewesen, hättest du vielleicht was gewonnen. Das nächste Magie auch nicht. Ah, das war schon zwei bittere Strecken ineinander. Ja, hier versuche ich einfach safe links hoch mit zwei. Links hoch? Ja, links hoch mit zwei. Du kannst aber mit zwei... Mit links hoch kommst du mit zwei. So, und dann musst du mit 3,5 so rüberkommen, dass du am Ende auch oben bleibst. Aber du brauchst ja drei... Das ist das Problem. Ah! Mit wie vielen? Ja, mit drei, fünf. Aber du musst versuchen so zu bouncen, dass du auf jeden Fall oben bleibst. Und das ist... Wenn du zu weit links liegst, da oben, da wo du bist, du bist links an der Wand, ne? Oh, fuck! Dann ist der Winkel voll Kacke eigentlich. Ja, ich hab's verkackt. Du musst... Ich glaube, dass der Weg über die Brücke... Also ohne den Flug, dass er sicherer ist für drei. Ach so. Du kannst aber zwei schaffen oben. Ja, du kannst zwei schaffen, aber es ist schwer. Also das Problem... Du musst halt besser liegen. Also wir liegen alle, wenn wir oben lang gehen, sehr weit an dieser hinteren Wand. Und dann ist der Winkel so krass, dass du mit drei wieder rausfliegst. Du musst das flacher... Du musst das flacher... Ja, ich hab hier so drei... Acht... Oh, drei, 8,5 ungefähr. Oh, da ist er nochmal gesprungen! Wieso bin ich da nochmal gesprungen? Er hat mir da... Er hat mir da ein Bein gestellt, sag mal. Aber was stand für da mit einem Baseballschläger? Ja! Eigentlich steht da immer... Shit! Das war schlecht, ey! Sechs Schläger leckt mich am Arsch! 20... 3,2... Direkt an die Kante da, ne? Ja, dann hast du nämlich genug... 2,3 oder? 3,2, damit du genug Speed hast, um... ...maximalen Boost zu haben, weil dann geht es nämlich einfach aus dem Wasser raus. Das zieht mir so aus, oder? Ja, sobald du um die Kurve rum bist, musst du... Ist das Leertaste? Ey, linke Maus, linke Maus, linke Maus! Immer linke Maus, linke Maus, linke Maus, da kommt... Crabs, spreng! Ich bin leider nicht um die Kurve rum. Linke Maus, spreng! Dann komm ich halt da oben! Mich hat's, warum auch immer, leider in der Kurve komplett ausgebremst. Ja, das passiert manchmal, das ist ziemlich... War Crabs und Maus dann wenigstens oben aufs Sonnendenkel. Ich hab die letzten viermal oder so die Bahn immer dann den Sprung geschafft, aber diesmal wurde ich in den Kurven komplett ausgebremst. Jetzt brauch ich noch einen, äh... Ist das schwach. Du hast dein Licht nicht angeht. Selbst auf Oasis kannst du dich fast nicht nach vorne arbeiten, wenn du am Anfang Fehler gemacht hast. Das ist echt krass. Weil die Leute alle so pro sind. Bro! Und wie viel spielt ihr hier? 3,2. Ah, ist egal. Bei 3,5 hab ich immer Angst, dass ich hier in der Kurve anbounce und direkt ins Wasser falle. Oh, fuck! Deswegen 3,2 ist ganz nice. Liquid, äh, Nils wurde gerettet. Oh! Oh! Oh, no! Ich hab ein bisschen zu kurz geschlagen, ja. Ja, ich frag mich mal! Ich lieg noch hinter dir! Ah, der kommt dran! Beide! Oh, fuck! Was?! Das hätten wir beide haben können. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich frage mich, warum gerade bei dieser Brücke so viele Probleme haben. Ihr müsst mittig spielen und schlagen, wenn die Brücke von rechts wieder hochkommt. Ich schlag echt kacke gerade an der Brücke. Shit, 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 ey, das wird wieder mies, ey. Das war echt Double Boogie, ey, so schlecht war ich wie schon lange nicht mehr. Jetzt ist, hier hab ich... Ich wollte grad sagen, Manus hat mich überholt. Bei der Bahn hab ich jetzt eine Sache noch nicht rausgefunden. Geht man so früh wie möglich in die Kurve oder schlägt man so spät wie möglich in die Kurve? Denn es ist wichtig, dass wenn du durchkommst, direkt vor dem Looping liegst. Du schlägst in die Kurve! Warte, 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 warte. Du schlägst in die Kurve, wenn das Ding nach unten geht. Nein, nein, darum geht es nicht. Schlägst du hier, wenn du nach links rum gehst, ganz nach links oder so weit wie möglich rechts? Weil, ich bin auf der Rampe. Verstehst du? Ja, ja, ja. Ich mach so weit wie möglich nach links. Ja, genau, ich auch. Das war so knapp. Weil ich bin jetzt mittig gegangen und für mich reicht's nicht. Ich lieg kacke. Ja, ich hab so weit wie möglich links und lieg jetzt hier gut mit Full Power. Genau, ja, das ist besser. Ich hab nur leider den ersten verkackt, da war gerade das Ding zu. Und das hier ist doch auch Full Speed, oder? Das ist einfach Full Speed. Und mittig. Für dich ist es mittig. Also, die Rampe, die Mitte der Rampe ist das Loch bei dir. Was? Also, du musst ganz minimal nach rechts. Genau, du musst minimal nach rechts schlagen mit Full Speed. Ja. Igel. Was ist denn Igel? Igel ist zwei unter Paar. Achso, okay. Und kein Hole in One. Jetzt baue ich aber ab hier, ey. Ich hätte vorhin schon mal ein Alba draus, was war das? Drei unter Paar und kein Hole in One. Okay. Was? Golfspieler anwesend. Wie schweigt der hier? Zweieinhalb? Zweieinhalb, wenn die Swings das Maul zumacht. Wow. Glaub ich in der Swings liegen? Nein. Bei hier aber auch, wie hat der Random Fuck versucht. Hier ist RNG, ja. Und jetzt bin ich hier hängen geblieben, jetzt kann ich auch nicht mal da durch. Naja. Ich wünsch... LOL. Ich bin in der Swings liegen geblieben. Ja, aber das ist gut. Ich bin nämlich danach so komisch gebounced, dass ich komplett aus der Bahn rausgeflogen bin. Achso, ja. Das hatte ich auch, genau. Bin ich noch nie. Haha, Kunrad. Hehehehe. 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 Oh. Was? LOL. Und der ist am Thinks Maul hängen geblieben? Ich hab das noch nie, äh... Noch nie. Kunrad, du schwingst aber ganz schön viel. Twink. Twinkle, twinkle. Und wieder. Ja. Das ist krass. Krass. Krass, das ist richtig random. Ja, aber die macht ihr Maul auch immer zu. Du musst ja schlagen, wenn ihr das Maul zu macht. Ne, ich hab's heute auch, hab vor... Du musst schlagen, bevor sie das Maul zu machen. Ich weiß, aber ich bin hier auch jetzt zweimal schon direkt sozusagen... Und jetzt... Ach... Warte nicht. Okay. Scheiße. No, no. Das war nicht... Du brauchst E2, also kannst du dich erstmal in die Mitte positionieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Und nicht erst näher dran einfach, weißt du? Genau. Jetzt geht der rein. Er ist richtig. Aber Vollspeed ist es übrigens nicht. Ne, Vollspeed ist es auf 3,7. Es ist aber bestimmt 2,8 oder so. 3,3. 3,3. Schaut gerade aus. Betrau' euch mal. Shit, ne? Das war nicht gut. Alter, die leuchten im Bild, die sind so geil, ey. Muss ich leider ein extra nehmen. Ne, du kannst, äh... Du springst ja kurz auf der rechten Wand. Du springst da rüber. Du kannst einfach hoch. Oh, ja. Ich lag doch genau da, wo du lagst. YOLO. Das war ein YOLO. Nein! Scheiße. Ne, das ist safe eigentlich. Bisschen da da. Ne, ne, ne. Schade, schade. Weil wenn du Vollspeed machst, liegst du leider genau an der Wand. Und dann brauchst du einen mehr. Hm. So, schlecht. Jetzt kommt die Map. Jetzt kommt die Map. Jetzt kommt die Map. Die finde ich schwer. Scheiß Map ist das? Hier brauche ich unbedingt mal bald einen Anhaltspunkt, wie ich immer schlage. Sonst bringt mir das nichts. Ich mache immer 3,5 links an dem Ding vorbei. Ja, nein. Aber mit 3,2 landest du da wieder auf der Ecke. Das ist so mies. Mit 3,5 sagst du, geht oder was? Ja, aber es ist wichtig, wo du hin zielst. Leider, das ist das Problem. Und das entscheidet so viel. Okay, das ist nochmal scheiße. Guck mal, 3,5, die äußerste Kante von der Wampe, links. Was sei denn hier? Das ist aber einfach nicht safe, ey. Ja, das geht. Ah, zu viel. 3,5, die äußerste Kante an der Wampe, links. Ich habe die einfach safe par gespielt. Die linke Rampe oder die rechte? Nein, nein, die rechte Rampe auf der linken Seite von der rechten Rampe mit 3,5. Das ist auch eine Kackbahn. Das ist auch wieder eng, weil wenn du da leicht verkackst, dann bist du sofort weg. Und hier kann man übrigens einfach drüber springen, ne? Ja, ja, genau. Da sind wir alle hergegangen. 3,8 so. 3,5 manchmal. Kannst du auch volle Power machen. Also was du eigentlich versuchen musst, ist das Loch direkt zu treffen, damit du von da aus abspringst, denn sonst landest du nämlich immer da hinten. Ah, gut. Ja. Solange du da jetzt nicht rechts um die Hecke rollst, ist alles gut eigentlich. Ja, wenn du halt nach rechts abfliegst vom Loch, kann es ja sein, dass du wegen der Rampe wieder zurückkommst. Boah, 50, 50, 50. Willst du weiter? Geil! Wie nehmt ihr jetzt? Weil ihr euch den ersten teilt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. Waren es 3,0? Ich habe auch gerade irgendwie... Meine irgendwie 3,0. Ich habe mein Minimal nach links gez... Ich habe keinen Boost. Danke. Oh, was? Gibt es überhaupt Boost? Ja, klar. Ich sehe den nämlich gar nicht auf der Strecke da vorne. Gerade vor dir. Boost ist eigentlich immer... Ja, genau, wir sind alle da so im Ecke gelandet. Ich lag da auch. Haben alle 3,0 gemacht? Ich habe auch 3,0 dabei. Ich bin einmal ins Loch rein und lag dann links. So, und jetzt... Es muss jetzt ein Trick gehen. Wir müssen rausfinden, wo genau hin. Das ist sinnvoll. Ja, rechts oder links erstmal. Das ist, glaube ich, egal. Das ist, glaube ich, egal. Das ist völlig egal. Hauptsache, du kriegst den zweiten Boost nicht. Richtig. Nein, 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 nein. Weil ansonsten kriegst du... Ich probiere es mal mit 3 hin. Ja, ich nehme weniger. Ich nehme 2 hin. Okay. Das... Ich habe die Scheiße gezielt. Es ist weniger als 3,5. Auf jeden Fall. Das ist safe. Und wieder in den zweiten Boost. Danke. Obama. Oh, no. Hey. Ach, shit. Nee, ich bin... Ja! Den zweiten Boost nicht bekommen. Das ist schon mal gut. Wie viel hast du gemacht? 3,2. Und sehr weit rechts. Sehr weit rechts. 3,2? Ja, beim Start, ne. Ich denke, ich bin am Start gewesen. Ja, ja. Ja, super. Ich weiß, wie ich schlagen muss, damit ich eigentlich direkt bis vor... Bis aufs Grün komme. Aber... Das war... Da hat wieder ein Pixel gefehlt. War das noch jemand am Start? Manus, warte mal, warte mal. Wenn du... Ach so. Egal. Ja. Ja, fast. Das war... Das war... Das war aber nicht... Genau so. Du musst nämlich so abprallen, dass du sozusagen bei der Schräge, die vor dir ist... Ganz... Ganz oben die Spitze erwischt. Oh, no. Ich bin drüber. Warte, warte, warte. Manus! Nein, nein, hat er nicht. Hahaha. 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 Manus, oh, Krebs auch. Oh, man. Ah, genau so. Genau wie... Ach, hier liegt ja auch an der selben Stelle. Ja. Da hab ich übrigens nicht hingespielt. Hörspiel mit zwei... Weiter links, du musst weiter links. Ja, genau. Ungefähr da eins. Jetzt! Das ist echt lächerlich. Wir sind die Ball. Das ist halt ein Fun-Game, ne? Und kein Competitive-Game. Wir sind die Ball. So wie wir das in den letzten Tagen gespielt haben... Ja, aber guck mal, das wird wieder nix. Nein, nein, das sieht gut aus. Nein, du bist wieder von der Ecke abgekommen. Eben nicht, ey. Das mach ich falsch noch. Ich könnte ja zumindest den Streifen vor dem Loch, den könnte man breiter machen. Sodass einem das nicht immer passiert, was Krabs gerade passiert ist. Jetzt! Jetzt kommt der letzte... Ne, Mann, das wird wieder los. Oh, nice. Damit hast du es eigentlich jetzt. Da kommt Krabs. Da hat der Bildschirm hier rum. Ja, ich seh's. Das sieht besser aus. Nein, doch das... Oh, nicht hüpfen! Das ist dein letzter Schlag jetzt, Krabs. Zeig mir mal. 14, oder? Nein, 12. 12? Wenn du 12 dann hast... Nein! Hau da rein, Leute! Das war wieder eine schöne Runde Gold with Friends. Leute, schaut bei den anderen vorbei. Alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten kennt ihr die Leute mittlerweile ja auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao! Und der 60 war schon drin. Tschüss!